Wir bemühen uns mit den Kunden zu sprechen und individuelle Ideen zu entwickeln und das ist aus unserer Erfahrung das, was gerade jetzt am Ende der Krise, so wie wir alle hoffen, dass es dann das Ende ist, ganz wichtig ist, zu überlegen, mit welchen Themen kommen unsere Kunden dicht an ihre Kunden ran. Aktuell kommt es nicht darauf an, Wildprodukte in den Markt zu bringen. Die Leute sind immer noch mit der Krise und den Folgen der Krise beschäftigt. Deswegen ist es wichtig, dosiert Themen zu spielen, also zu schauen, in welcher Reihenfolge, mit welcher Priorität werden jetzt Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und das ist das, was uns auszeichnet. Gemeinsam mit unseren Kunden überlegen wir, welche Produkte sind zuerst interessant für die Kunden unserer Kunden. Das heißt, womit erregen sie zuerst die Aufmerksamkeit? Denn das ist der Unterschied, nicht wild einfach nur Meldungen zu versenden, sondern zu überlegen, welche Themen sind wann wie interessant. Das ist das, was wir machen.